Guten Tag und Moin aus Hamburg. Ja, es ist wieder Wochenrückblick und wir blicken auf die spannende Woche, die erste Maiwoche zurück und für uns Trader war es eine kurze Woche, denn Montag war Feiertag und für uns Traders Club Trader war es noch extrem, ja nicht ungünstig, aber sehr spannend, weil wir hatten zwei Zinsentscheidungen. Wir hatten einmal die FED, die die Zinsen angehoben hat, 86% waren im Vorkast, haben damit gerechnet, dass die Zinsen angehoben werden, die Zinsen wurden angehoben, die FED hat die Zinsen angehoben und die EZB hat nachgezogen und für uns bedeutet das im Club, für gerade die kurzfristigen Handel, dass wir an den Tagen, wo EZB Sitzung ist, gar nicht traden. Da treten wir auf Demo, tun so, als wenn ein ganz normaler Tag ist und schauen, was die Strategien machen. Dann hatten wir gestern im Traders Club einen absoluten Highlight, Trading und Investment Day und ich kann euch nur empfehlen, wer sich das noch nicht angeschaut hat, einfach sich bei uns zu melden, tradersclub24.de und sich das Video nochmal anzuschauen. Den Tag stellen wir auch für Gäste zur Verfügung. Ja, trotzdem gab es was, denn wir machen ja hier in diesem Format Swing Trades, die über Tage laufen und ob jetzt nun Zinsentscheidung ist etc. hat für den langfristigen Bereich überhaupt nichts zu tun. Wir haben also Signale gehabt, sehr sehr spannende Signale und da gehen wir jetzt mal direkt rein und wir sehen wie letztes Mal, wir haben eine bestimmte Darstellungsform der Kerzen, das sind nochmal zur Wiederholung Heikin Aschikerzen und was wir hier sehen, ist eine spezielle Darstellung von den Hoch und Tiefs. Und Sie sehen es hier, wir arbeiten hier mit Sonnen, ja die letzte Sonne, hier oben sehen wir, zeichnet uns ein Hoch ab, auf der linken Seite sehen wir, so und wir sehen die blaue Sonne und Sie sehen dort wahrscheinlich alle einen Trade, der in den Gewinn gelaufen ist. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, wir handeln im Traders Club auch sogenannte Gegensignale und das haben wir hier getradet und haben ein Gegensignal rausgenommen. Ich möchte aber heute mit Ihnen die Signale durchsprechen, die jetzt kommen noch für die nächste Woche, schon kleiner Ausblick und die gelaufen sind. Wir fangen an mit diesem Markt und zwar ist das der Audi Schweizer Franken. Ja, für alle die noch nie die Wiesen getradet haben, Audi Schweizer Franken ist Australdollar gegen den Schweizer Franken. Das ist ein Währungspaar und die Währungspaare handeln ja 24 Stunden durch und wir sehen für den kommenden Montag, also für die nächste Woche, bekommen wir hier ein Signal. Wenn alles so bleibt, wir haben hier eine blaue Sonne und eine Kerze. Das bedeutet, alle Traders Club Trader, die diese Strategie nutzen, werden mit mir gemeinsam um 8.25 Uhr am Sonntag long gehen in diesem Markt. Eine Garantie gibt es natürlich nicht und wo platzieren wir den Stop-Loss? Wir platzieren den Stop-Loss hier auf das letzte Tief, das ist der Ansatz. Dann sehen wir hier weiter, wir haben Audi Neuseeland und dieser Trade ist in den Gewinn gelaufen. Ihr seht es hier, schöne Abwärtsbewegung, wird aber hier noch dargestellt und jetzt kommt das nächste frische Signal für die kommende Woche und das ist der Audi USD. Audi USD und ist Australdollar gegen den US-Dollar. Und auch hier sehen wir eine Long-Kerze. Aber und jetzt kommen wir aber und da gebe ich heute wieder einen Tipp mit. Es geht ja auch darum, dass ich ein bisschen aus unserer Trickkrixe erzähle. Wir sehen hier eine rote Sonne und eine blaue Sonne. Rote Sonne, blaue Sonne. Und die Bewegung können wir mal abmessen und jetzt muss ich ein bisschen rangehen. Die liegt bei 230 Pips, so nennt man das in der Vorwärtssprache, 230 Punkte. Und wer unsere Vorträge und uns besucht, wird immer wieder, wenn wir diese Strategie erzählen, es geht wie bei uns jetzt hier an der Hamburger Elbe, übrigens wir haben heute Hafengeburtstag, weil es geht immer auf, also Long und Flut und dann gibt es die Ebbe. Und es gibt die dritte Phase bei uns im Trading, das ist die Seitwärtsphase. Und wenn der Markt nicht mindestens 400 Pips, also 400 Punkte, besser wäre er noch 500, 600, 700 Punkte macht, dann könnten wir in die Gefahr eintreten, hier seitwärts zu laufen. Das heißt für mich, am Montag, auch wenn der Markt super aussieht, werde ich am Montag diesen nicht traden, weil wir eben halt hier, das sehen wir sehr schön, in so einer Seitwärtsphase ist. Das ist wieder ein Filterkriterium. Achtung, jetzt kommen wir zum Dow Jones. Dow Jones hat letzte Woche ja ein Gegensignal generiert. Ja, erst Short, wir sehen es hier, dann gab es hier eine Long-Bewegung und jetzt haben wir wieder ein neues Short-Signal und der Trade war am Mittwoch und ist direkt in den Gewinn gelaufen. Nächster Markt ist, und wir sehen es hier, Euro-Austral-Dollar, also den Euro gegen den australischen Dollar. Und hier sehen wir sehr schön, wie eben erwähnt, Ebbe und Flut. Hier ist die Ebbe gewesen, jetzt kommt, beziehungsweise der Tiefpunkt der Ebbe, jetzt kommt die Flut, das heißt der Markt steigt, 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 steigt und hier oben haben wir ein Signal. Dieses Signal, da brauche ich gar nicht abmessen, werde ich am Montag mit einem Club Medina im Live-Trading-Raum umsetzen. Übrigens, wenn du das noch nicht wusstest, du kannst dir bei uns einen Gratis-Gastzugang nehmen und kannst Montag sogar live mit dabei sein. Das nur noch mal nebenbei. Britisch von Neuseeland ist in den Gewinn gelaufen, wir sehen hier, dort die Short-Kerze und wir haben den Stocks, Euro-Stocks ist in den Gewinn gelaufen und wir sehen hier S&P 500. So, Carlos, da war gestern ein Signal. Richtig. Hast du das Signal heute umgesetzt? Nope. Warum nicht? Heute ist Freitag und die Börsen, auch die Devisen, die 24 Stunden durchlaufen, haben am Wochenende geschlossen. Und ich habe ein festes Regelwerk für mich, dass ich zum Wochenende am Freitag keine Position über Nacht halte, sondern ich werde am Montag diesem Markt nachträglich, den S&P, noch traden. Noch ist der Trade nicht in den Gewinn gelaufen, das heißt, ich habe noch alle Möglichkeiten und ich traue diesem Markt natürlich auch nicht, wenn es heute nach den Arbeitsmarktzahlen kommt. Denn heute kommen die wichtigsten Konjunkturzahlen ever pro Monat. Am ersten Freitag des Monats könnt ihr euch aufschreiben Arbeitsmarktzahlen. 14.30 Uhr heute. Alle Trader schauen drauf. Das ist ein Indikator für die Inflation. Ja, wie ist der Arbeitsmarkt am Laufen? Ganz, ganz wichtig. Das nur noch nebenbei. Auf dem Wochenbasis sehen wir, haben wir aktuell keine Trades. Und jetzt gebe ich nochmal was mit auf den Weg, was wir die Woche an alten Trades umgesetzt haben. Und da hatten wir einmal den Audi Kanadisch Dollar. Eine Position, die wir in den Trade gebracht haben auf Daily Basis. So, hier sehen wir sehr schön, wir sind besser reingekommen. Das gibt es auch. Wenn wir also nicht abends traden, sondern am nächsten Morgen mit mir und der Markt fällt, komme ich hier besser rein und wir sehen es hier, der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Und was macht es? Es sind keine Millionen, die wir hier verdienen. Es ist immer prozeduell 0,1% vom Depot. Das bedeutet, das könnt ihr euch ausrechnen, wenn wir jeden Tag 0,1% machen, sind es ein halbes Prozent pro Woche. Und das würde bedeuten, wir würden im Jahr, wenn man zwei Monate abrechnet, Weihnachten, Feiertage, Krankheit, dann würden wir um die 20% Rendite machen. Diese Strategie hat das Potenzial zwischen 8 und 20%, je nachdem, was man für ein Risiko einstellt. Und das möchte ich gerne mit Ihnen in den nächsten Wochen, Monaten zeigen, wie diese Strategie funktioniert. Den zweiten Trade, den wir in den Gewinn gebracht haben, war der Euro-Neuseeland-Dollar. Und das war auch, und ich gehe hier ein bisschen mal rüber, so, das Signal. Und ihr seht hier, Short-Signal und ist sauber zum 50-Tages-Durchschnitt. Das haben wir angekündigt. Nicht, dass ich jetzt hier eine Glaskugel habe, aber das war genau an dem Punkt, wollten wir aussteigen. Das haben wir gestern gemacht und das war es. Das heißt, wir haben zwei erfolgreiche Trades gemacht. Wir stehen in Vorbereitung auf die nächste Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Wenn Sie nicht in Hamburg sind, sind Sie glücklich, weil wir, bei uns ist die Hölle los. Wir haben diese Woche, wie gesagt, Hafengeburtstag, da brennt die Stadt. Und nächste Woche das größte Online-Festival in Europa, nämlich OMR. 70.000 Gäste werden in Hamburg erwartet. Ja, wer also nächste Woche sagt, Schatz, lasst uns doch mal Carlos in Hamburg besuchen. Ihr werdet definitiv kein Hotelzimmer mehr kriegen. Es ist komplett ausgeboten. In diesem Sinne, bleibt gesund, gute Trades und bis nächste Woche Freitag. Schönes Wochenende.